Hallo, ich bin der Christian Inamer, wohne in Bayern und möchte euch herzlich willkommen heißen in meinem Haus. Ich möchte euch heute ein bisschen Wasser über unseren Wasseraktivator erzählen und die Beweggründe, warum wir uns für diesen entschieden haben. Wir haben viel gehört über die Wasserqualität, es ist zu viel Kalk im Wasser, es ist dies im Wasser, es ist jenes im Wasser. Und durch die Beratung für die Firma Preuss und eingehende Gespräche mit anderen Lieferanten und Herstellern haben wir uns dann für diesen Aktivator entschieden. Der Vorteil ist, er ist wartungsarm, wartungsfrei eigentlich, man braucht kein Salz, man muss nichts nachfüllen, er braucht keinen Service, ist schnell montiert, braucht keinen Platz. Das sind für uns einige der Vorteile oder der Entscheidungsgründe gewesen, dass ich gesagt habe, okay, wir nehmen dieses Gerät. Was mir persönlich aufgefallen ist, oder was mir sehr gut gefällt, seit wir das Gerät drin haben, habe eine ganz tolle Wasserqualität, es ist eine super tolle Geschichte, es schmeckt anders. Meine Gäste, die auf Besuch kommen, schmeckt es, ich fühle mich toll und es bestätigt mir wieder, dass ich die richtige Entscheidung bei diesem Gerät getroffen habe. Was mir auch sehr wichtig war, ist, dass hier eine Firma im Hintergrund steht, wo ich weiß, dass der Service passt, wenn ich anrufe, da geht jemand ran. Ich möchte euch jetzt kurz mal in mein Bad führen, um euch da mal einige der Sachen, die mir jetzt schon aufgefallen sind, zu zeigen, was natürlich den Hausfrauen gut gefallen wird. Das Wasser an den Duschwänden perlt schöner ab, es gibt keine Kalkablagerungen mehr in der Form an den Glaswänden, es ist ganz einfach zu entfernen und ich zeige euch jetzt mal ein bisschen, wie das ausschaut. So, ich führe euch jetzt in mein Bad und zeige euch jetzt mal, wie das bei den Duschwänden so ausschaut. Bitte folgen sie mir. Was man gut sieht, ist, früher, wenn man hier am Morgen eine kleine Fotos hat oder das Gesicht gewaschen hat, ist mir immer aufgefallen, oder meine Frau ist aufgefallen, dass es danach einen weißen Kalkrand auf den Chromabfloss oder auf den Chromarmaturen gegeben hat, das ist gänzlich verschwunden. Ist eine tolle Geschichte, von uns Männern eher uninteressant, aber die Frauen legen da großen Augenmerk drauf und meine Frau war begeistert. An der Dusche selbst sieht man das auch ganz toll, das Wasser perlt ganz anders ab wie früher. Man hat die Verkalkung nicht mehr und das Wasser perlt ganz anders ab. Was uns aufgefallen ist, ist, das Wasser ist beim Duschen, man hat ein ganz anderes Gefühl, es ist belebender, man fühlt sich wohler, man fühlt sich frischer. Und wir führen das auf das zurück, dass es einfach mit Sauerstoff, das heißt, es ein bisschen mehr Sauerstoff angereiert ist und dass eben der aggressive Kalk nicht mehr im Wasser ist. Meine Mieter berichten mir ständig davon, dass sie jetzt weniger Kalkkapplagerungen in den Duschen haben, sie brauchen weniger Waschmittel beim Waschen und sie haben das gleiche Gefühl wie ich, einfach, dass wenn sie ein Bad nehmen, dass es belebender ist, dass es sie aktiviert, dass sie schön in den Tag starten können. Das ist nur eines der Dinge, wo mir positiv stimmt und wo ich weiß, ich habe mit dem H-Preuss-Aktivator die richtige Entscheidung getroffen. Und zwar, vor allem, dass es ein Blatt da ist. Untertitelung des ZDF, 2020